Nein... Kann mich jemand hören? Takaischi? Hallo! Hilfe! Wir müssen jetzt ganz schnell weg, ich glaub, die kommen bald wieder. Da sind sie! Wir müssen zu meinem Unterschlupf. Okay, jetzt erzähl mir, was los ist. Was ist mit Herr LP und Herr Zone und Herr Verzögerung und Herr Max? Was ist mit denen? Wo sind die? Ich glaub nicht, dass die noch leben, aber... Die können doch nicht tot sein. Ich brauche die Jungs. Wo ist das Lager von den Leuten? Wenn du wirklich zu denen gehen willst. Ich kann dich ausrüsten. Okay, okay. Weißt du ungefähr, wie viele Banditen es sind? Stopp, warte, warte. Was? Ich weiß. Ich kann mir vorstellen, dass du ziemlich viele Fragen hast, aber... Ich muss jetzt erst mal meine Wunde verarzten. Natürlich, klar. Ähm... Oben. Schau mal oben auf dem Dachboden. Da sollte noch ein Brief für dich liegen, den die Jungs für dich hinterlassen haben, falls du auch was und... Okay, sieh zu, dass du dich verarztet bekommst. Dass du mir nicht zusammenbrichst. Die Wunde, das sieht echt übel aus. Du haust aber nicht ab jetzt, oder? Nein. Okay. Keine Angst. Na gut. Bis gleich. O... Oben? Ganz oben? Ich... Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie... Sein... Okay. Hier liegt irgendwie eine Menge TNT. Das ist aber keine Falle jetzt, oder? Ich hatte da so ein paar Vorfälle mit deinem Vorfahren. Okay. DeLorean Autoschüssel? Superzündi Stufe 1? Superzündi Stufe 2? Und Stufe 3? Was? Okay. Ich bin gespannt. Herr Bergmann. Wenn Sie diesen Brief lesen, sind Sie endlich aufgewacht und hoffentlich wohl auf. Während Ihres Komas sind schreckliche und grausame Dinge in dieser Stadt passiert. Dinge, bei denen wir einfach nicht länger wegschauen konnten. Deshalb haben wir beschlossen, etwas zu unternehmen und uns der Tyrannei der Banditen entgegenzustellen. Für den Fall, dass wir uns nicht wiedersehen sollten, sollten Sie wissen, dass wir in Ihrer Abwesenheit an einer Lösung für das Zeitmaschinenproblem gearbeitet haben. Und wir haben tatsächlich eine gefunden. Koppeln Sie den DeLorean vor einen Zug und beschleunigen Sie die Lok mit dem im Paket befindlichen Superzündis, eine höchstexplosive Erfindung von Herrn Verzögerung. Seien Sie also vorsichtig. Das sollte den Zug und den DeLorean auf die nötigen 140 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Ich weiß, das klingt verrückt, aber vertrauen Sie uns. Es wird funktionieren. Nahe der Clayton-Schlucht wohnt ein Mann namens Paluten. Er ist Lokführer und Besitzer der schnellsten Lok im Land. Mit etwas Überzeugungsarbeit sollten Sie Zugang zu dem Zug erhalten. Viel Erfolg. Nun verabschiede ich mich von Ihnen, Herr Bergmann. Es war wahrhaftig eine faszinierende, abenteuerliche Reise. Ich wünschte, wir hätten diesen Weg noch länger gemeinsam beschreiten können. In aller Freundschaft, Herr Zone. Ja? Hallo? Ja, hi. Es ist alles gut. Also, ich... Ja, ich... Ich kann nicht glauben. Was stand in dem Brief? Äh... Ich hatte keine Zeit, ihn zu lesen. Ja, nee, da stand nichts Besonderes. Nur wie wir die Kutsche, wie ich unsere Kutsche wieder heile mache, damit ich zurück in mein Zirkuslager kann. Ähm... Ja, gut, wir müssen einen Mann besuchen, der in der Nähe der Clayton-Schlucht wohnen soll. Sagt ihm das etwas? Die Clayton-Schlucht? Die Clayton-Schlucht. Da... Das ist viel zu gefährlich. Ja. Da wollen Sie wirklich hinreiten. Wir müssen da hin, wir müssen da hin. Der Mann hat besondere Beschläge für die Reifen der Kutsche und ich muss mit diesem Mann sprechen. Und... Und... Ja, aber wir reiten da jetzt nicht einfach so hin, so wie wir sind. Wir brauchen Ausrüstung. Wir brauchen Waffen. Ja, das stimmt. Kann ich mir nicht... Kann ich mir nicht einfach was von hier aus leihen? Ist das in Ordnung? Das ist gar kein Problem. Das nehme ich lieber an mich. Wieso? Was ist das? Ach, das ist gar nichts. Zeigen Sie mal bitte her. Zeigen Sie mal her. Na los. Ein... Ist das... Ist das ein... Ein Entehaken? Was ist das? Ich weiß nicht so richtig, was das ist. Es hatte mir mal jemand hier hingebracht, aber... Wie cool ist das denn? Yay! Vorsicht! Vorsicht! Das ist der Wahnsinn! Darf ich das behalten? Ich wurde... Ich wurde gewarnt, dass sie vorsichtig damit umgehen muss und das war ein Geschenk. Also... Bitte ich Sie mir das lieber... Lieber mir zu geben. Okay. Na gut. Aber... Vielleicht leg ich mir das später mal aus. Okay. Ähm... Dann nehmen Sie erstmal alle Sachen. Nehmen Sie alle Sachen, weil mit TNT, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen Sorge. Wie sieht das mit Pferden aus? Haben Sie... Haben Sie irgendwo Pferde? Ja, wir... Wir sollten auf jeden Fall noch Pferde da haben, wenn das die Banditen... Ach... Sie sind auf jeden Fall noch da. Ich... Außer... Außer mir und noch den Jungs weiß... Weiß eigentlich keiner von hier oben. Sie wissen, wo wir langen müssen? Ich weiß, wo wir langen müssen, aber... Ich... Sie sollten trotzdem... Sie haben eine Waffe? Ich hab eine Waffe, ja. Nehmen Sie vorsichtshalber. Trotzdem... Dynamit. Falls... auch kommt. Na gut, vielen Dank. Dann würde ich sagen, Ihnen nach. Wo sind wir denn hier? Das ist der Rand von der Wüste. Aber... Darum geht's jetzt gar nicht. Was war überhaupt mit dir? Erinnerst du dich noch an die... An die Nacht von... An die Nacht der Eröffnung von... Von dem Krustenbratenladen? Äh... Ja... Ja... Das ist... Da sind ein paar seltsame Sachen vorgefallen. Auf jeden Fall... Habe ich versucht, das Gespräch mit der... Gespräch zu suchen. Und... Als ich in seinem Haus war... Da... Hat mich irgendetwas niedergeschlagen. Und... Ja... Lag dann im Koma. Vielleicht... Vielleicht war es schon einer von den Banditen, die unser Dorf angegriffen haben. Und warum solltest du nämlich dann im Herrgesprächs... Im Herrgesprächshaus angegriffen haben? Findest du das nicht komisch? Es... Es ist komisch. Aber... Ich würde da jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ach... Ich weiß ja nicht. Da vorne sind Gleise! Stopp, 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 stopp! Wir sind da, wir sind da. Okay. Wie kommen wir da hoch? Hier rechts vielleicht? Ja, wir müssen aber vorsichtig sein. Hier... Treiben sich vielleicht dunkle Gestalten rum. Äh... Schaffst du's? Ja. Okay, halten wir uns an den Gleisen. Der... Der Paluten, der soll irgendwie an den Gleisen wohnen. Ich habe hier keine guten Geschichten gehört. Was... Was sind für Geschichten? Ja, du kennst doch das übliche... Geist... Geister... Hier. Um... Auf den Bahngleisen. Ja... Ja... Aber... Aber... Es ist doch alles nur Humbug. Du kennst das doch selber. Mach dir keine Gedanken. Hier sollten wir eigentlich sicher sein. Okay. Ich! Hallo? Gehen bleiben und Maul halten jetzt. Wer... Wer ist das? Jedes Mal... Kommen so Leute wie ihr in meine Stadt... Und denken, sie können hier leben. Jedes Mal. Selbstgespräch? Na, Bergy? Überrascht? Anivan. Was ist... Anivan? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Selfie? Anivan! Was machst du denn? Ich hab dich schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wow! Takashi, hör auf ihn! Ich sag's doch, er ist durchgedreht! Anivan! Was... Was ist los mit dir? Selfie? Geh jetzt an die Wand! Geh an die Wand! Bist du das? Halt's Maul! Ich weiß nicht wieso... Aber jedes Mal kommen Leute in meine Stadt... Und denken... In deine Stadt? In unsere Stadt? Was erzählst du mir? Sei ruhig! Ich war vor dir in dieser Stadt. Du meinst auch irgendwie, dass dir die Stadt hier gehört. Du bist jetzt ruhig! Ja, schau mal, was auf meiner Brust steht. Sheriff! Das stimmt. Das ist mir so egal. Ihr seid jetzt beide ruhig. Es ist jetzt egal, was ihr zu sagen habt. Ich... Ich rede jetzt hier. Selfie, warum? So. Sei ruhig. Du glaubst... Du brauchst nicht glauben, dass du mich anschießen kannst... Und dann ungestraft davon kommst. Das... Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern! Das war ein Unfall! Nein, das war... Das war ein großes Unfall! Du hättest sterben sollen! Jetzt muss ich mich auch noch mit diesen dreckigen Banditen zusammentun! Und was machen die? Fackeln die ganze Stadt ab! Du hast die Banditen angesteckt! Warum bringst du denn alle um? Bist du völlig verrückt? Ihr... Ihr wisst nicht mit wem ihr es zu tun habt! Dieser Typ ist wahnsinnig! Und ihr werdet uns alle finden! Aber... Ohne mich! Ich werde untertauchen! Aber... Vorher werde ich dir für alles bezahlen! Selfie, du... Du bist doch... Halt jetzt Maul! Geh weg! Das waren unsere Freunde! Wa... Warum? Weißt du eigentlich schon, wie oft ich das gemacht habe? Wie? Was meinst du damit? Ich... Die Stadt war nicht leer! Die kommt... Da kommen immer wieder welche! Jetzt wird mir einiges klar! Halt's Maul! Halt's Maul! Ja! Du bist wie eine schwarze Widme! Wartest, bis neue Leute in das Dorf kommen! Und schlachtest die dann ab! Du bist... Du bist das Letzte! Eure beiden Tote werde ich jetzt nachholen! Zeit lebe wohl zu sagen! Noch irgendwelche letzten Wünsche... Ups! Tschuldigung! Kein Problem! War nur ne Katze! Alter Schwede! Da ist er hin, der kleine Fratz! Aber ein cooler Abgang war's! Wie der Zug angerast kam! Platsch! Wollte sie vorher seinen coolen Spruch nur ablassen wollen! Guck doch mal meine Beine an! Was ist denn da mal Grotes übrigens? Ich hab überall was losgeschaut wie das war! Guck! 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 Untertitelung des ZDF, 2020